Was nehmen wir da jetzt? Last Round! Fight! Das war auch gerade gelesen. Argyronaut. Sehr schön, sehr schön. Ich muss... Kann ich hier entscheiden? Soll ich tryharden, Leute? Ich nehme jetzt das hier. Es ist mir egal. Es ist mir egal. Ich nehme jetzt das hier. Done. Jetzt. Tryhard-Random-Deck? Was ist tryhard-Random? Also, als tryhard würde ich bezeichnen zum Beispiel einen Mage zu nehmen. Ja, okay. Mage hat viele Zauber, die alleine funktionieren. Und allein schon die Heldenkraft macht einen Schaden, ohne dass du selber Schaden nimmst. Okay. Tryhard-Random-Decks wären Hexenmeister und Mage, würde ich sagen. Ja, und vielleicht noch Dragon... Äh, Quatsch. Dragon. Do it. Nee. Na, Druid macht halt auch... Kann halt Einser-Karten weghauen. Ja, okay. Der ein Damage... Aber du hast schon recht, also... Man kann nicht wirklich zwei ran. Und ich glaube aber trotzdem, dass ich jetzt von meinen Klassenkarten jetzt hier absolut keine... Oh mein Gott. Was ist das denn für eine Scheiße? Habe ich mir auch grad gedacht. Die Hand war witzig. Oh, was. Ah, shit. Ja, Flo. Hm. Ja. Vom Regen geht drauf, oder? Und schlimmer. Fast-Round. Fight! Wuppi! Wuppi! Was sagt er immer bei... Bei, ähm... Mortal Kombat? Was ist bei Mortal Kombat? Äh. Dieser Typ, der immer so reinkam, immer so... Wuppi! Wuppi! Ey, genau mal, du hast recht. Fischi macht so lange immer wieder noch eine Runde sagen, bis er immer gewinnt. Was? Nein, das stimmt ja gar nicht. Äh. Was ist denn jetzt das schon wieder? Ich muss jetzt halt was spielen. Es ist mehr... Ich muss halt... Ich muss halt Sachen spielen. Man muss halt Sachen machen, denn. Man muss Sachen machen. Ist so. Es ist so. Es ist so. Sachen machen. Ist immer gut für den Rücken. Immer. Ja. Keine Sorge, Alex. Die Kamallerie ist da. Naaah. Fuck. Oh mein Gott. Ich kann dich schon wieder verlieren. Flur hat jetzt grad Bordkontrolle. Unglaublich, ey. Oh nein. Oh nein. Ich hab aber auch Dreckskarten. Wenn ihr die jetzt sehen könntet, Leute. Ich seh die doch. Würde ich auch sagen. Ja du. Aber ich mein den Chat. Ich bin scheißegal. Okay. Du bist nicht scheißegal. Ich rede gerade mit dem Chat, Digga. Jetzt ist... Diese Karte ist so meh. Aber trotz. Besser ist gar nichts. Wen soll mein Pfeil treffen? Hm. Heute muss ich keine Prozessin sein. Das ist so Anspielung auf den... Wie heißt das? Pixar Film. Richtig. Merida. Ah Merida, genau. Daher auch das Design. Kannst du mir erzählen, was du willst. Absolut. Schöne Anspielung. Ja. Äh ja. Ich bin ein Scheiß... Parasit wollte ich gerade sagen. Aber ist er ja gar nicht. Was zockt ihr gerade für Handy-Games? fragt Eduard Laser. Ich habe gerade gehört, dass ähm... Wie heißt denn das nochmal? Warte. Nee, nee. Clash Royale. Ziemlich cool sein soll. Was soll ich tun? Habs noch nicht getestet, aber es soll total super sein. Wie viel kriegst du dafür, dass du es gesagt hast jetzt? Gar nichts. Kennt ihr Toto Biscuit? Jau. Ich hab den Bogen raus. Ey, jetzt kann nicht sein, dass der schon wieder den zu hart. Voll in your face. Aber richtig hart. Okay, wait for it. Nein. Frage mich ob... Wie sieht jetzt damit ganz hoch heilen aus? Uah. Oh. Bitte. Ich. Bin. Bereit. Van. Ist jetzt geil? Uuh. Warte mal. Uuh. Du hast mehrere Möglichkeiten. Ja, ja, ja. Ich werd aber erst... Ja. Das ist auch ne gute Lösung. Also du hast grad drei schöne Züge. Ja, aber ich heb mir den für den nächsten Zug auf. Ja doch. Wobei der von der Mana Curve eventuell besser wär. Nee, warte mal ab. Es ist... Manche spielen immer sehr gerne nach Mana Curve. Ja, ich weniger. Ich geh hier viel drauf. Der ganz linke ist aber sehr wahrscheinlich nutzlos. Die Wahrscheinlichkeit, dass du den richtig benutzen kannst. Ja ne, der ist mir scheißegal bei dem Deck. Der ist mir so egal. Aber die anderen Karten, die du erinnert hast. Auch die ganz rechte. Die kann auch richtig geil sein. Ja. Ja, scheiße. Egal, spiel die ganz rechte. Oder die mittlere. Oder... Oder sogar die ganz... Spiel die ganz linken. Nee, die bringt mir gar nichts. Auch nicht. Mir egal. Oh shit. Oh bitte, bitte. Alter, ich fasse... Du hast ne Kraken im Deck. Ich fasse es. Der hat doch einen... Ey, der Lack hat nen Kraken im Deck. Ich fasse es... fucking... nichts. Der hat nen Kraken im Deck. Ohhhh. Ja toll. Also ich glaube... Ich glaube... Es könnte sein, dass die Runde auch wieder vorbei ist. Die Sache ist jetzt... Diese Runde, ob man traden sollte... Oder face. Alter. Das ist... Es ist... Ich kann... Es ist doch... Mann, Alter. Das kann nicht sein. Nee, Flo. Nee, nee, warte nochmal ab. Die mit... Äh... Die 6 Mana Karten... Sind äh... Biester. Warte, 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 warte. Du, aber Flo, du hast grad echt ne sehr gute Hand auch. Gegen alles, was er auf der Hand hat. Ja, wenn ich 10 hab, spiel ich halt... Mitte. Ich würd sagen Alank oder Cutters. Ja, was auch immer du sagst. Die Sache ist, du kannst entweder auf starke Minions gehen oder auf Masse. Beides ist sehr... Nervig für ihn. Warte mal. Weil du hast nen Spot mit Gottes Schild. Und das ist richtig kacke. Ja, ja, warte mal ab, Mann. Ja. Ja. Ja, super, ne? Also, eigentlich ist das total super, was hier gerade passiert. Ich glaube, ich, äh, habe gewonnen. Tja. 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 Echt. Ja, Fischli, du musst deinen Schostenmeister wegmachen. Auf, nach, nach. Mhm. Das war definitiv ein Fehler. Obwohl, wir können sowas machen. Hm. Es düngt mich, Lord Fischkopf is not amused. Ja, das ist richtig. Nichts Gutes passiert nachts, zwei Uhr nachts. Richtig. Alter. Oh Mann, Flo. Sache. Bis jetzt. Greift man den 8-3 an oder Face? Es ist doch keine Frage. Ja, Face. Es ist doch keine Frage. Du kannst dich nicht schnell genug hinterher heilen. Naja, sag das nicht. Ja, okay, ein AoE-Zauber. Ich feuchte Rino und Luke das. Ach, come on. Das ist doch... Du kannst dich jetzt im 6-Leben heilen. Aber er hat zwei Spots. Und du musst mindestens den 4-3er wegkriegen. Nee, du hast verloren. Außer du kannst einen 4-3er wegkriegen. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Ähm... Nope. Oder warte mal. Jetzt kriegt der Gutsriller oder King Quash aus dem Netzweber. Wir müssen den Sonnenboden leuten. Hm. Warum hast du das jetzt gemacht? Ah, fuck, fuck, fuck. Ich hab mich verzerrt. Nein. Nein. Nein, 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 nein. Oh, fuck you. Ach, come on. Ach, come on. Okay, ich hab... Ich hab zwei Karten verwechselt. Ich wollte eigentlich das Leben und den Intake switchen. Ah, das ist schön. Oh, reicht ja an und für sich. Was soll ich tun? Oh. Nein. Ah, die ganz linke ist... Äh, rechte ist interessant. Ich... Oh, was witziges passieren. Kannst du mal bitte nicht... Es ist nicht wahr. Ich hab gehört, wir spielen noch ein Game. Malto schreibt, komm, Fischi, du hast ja danach nur das letzte Spiel. Ja, das hab ich auch gehört. Flo, du musst dich beeilen. Hm. Ich... Hä, was? Nein. Ah. Was? Mitte, Mitte. Bin jetzt einfach überfordert gewesen mit der... Mit der... Mit der Karte an sich. Kam da dieselbe nochmal? Hä? Das Ding bringt dir so gar nicht, der Maligus. Außer, dass er viel Leben hat. Danke. Ich hab grad... Ich hab grad nicht verstanden... Hä? Oh, sehr schön. Warte mal. Das ist ein goldener Tomb Spider, die bewegt ihre Beine. Oh, das ist was ganz special. Ja. Face. Face. Das ist ein Hunter. Let's go Face. Du hast ne... Warte. Face is a place. Warte mal kurz. Drei. Ja, okay. Yo. Los, nimm das Board vor. Und dann Passort. Miss Direction. Oh, nein. Face, 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 face. Oh, ich hasse euch so sehr. Egal. Du hast gewonnen, Flo. Ich hab gewonnen, ja, ich weiß. Warte kurz. Gut gespielt. Die Waffe und Schuss. Ja, genau. Gut gespielt. Gut gespielt. Echt, Miss Direction hat hier... Du hast alle Random Matches gewonnen, Digga. Ja. Jetzt will ich ein... Jetzt, jetzt, jetzt nehm ich mir so ein perverses Domina Ding raus. Jetzt will ich die... Eure, eure, eure beiden besten Decks sehen. Was? Was? Was möchtest du? Guck mal, wie sie nervös werden. Ne, ne, ich hab nicht verstanden, was du wolltest. Ich will, dass ihr beide gegeneinander spielt mit euren besten Decks. Und du guckst du, oder was? Ja. Alter. Okay. Ich mach jetzt sowas richtig perverses. Beste Decks ist ja relativ, weil es gibt ja immer Counterdecks gegen Decks. Ja, ist ja egal. Ich sag halt vorher, also ihr wählt völlig frei aus. Niemand sagt vorher, was der andere spielt, logischerweise. Richtig. Deswegen ist es halt so, wenn wir jetzt nicht Best of Free spielen, was wir nicht machen, weil ich muss schlafen gehen. Ja, weil es kann sein, dass ich jetzt gerade was nehm und er nimmt das Counterpick dazu. Ja, genau. Dann ist das so. Ja. Aber wir wollen jetzt Sachen sehen. Okay, Fischi, dann... Ja... Nehmen wir aber nichts irgendwie... Ach, nimm einfach... Ich werd jetzt einfach irgendwas Schönes nehmen, mal gucken. Oh, was... Oh, shit. Ah, ich nehm das... Das hier sieht schön aus, wenn man es spielt. Ich nehm was, was schön aussieht. Ich kann euch noch nicht zugucken. Das dauert mir zu lange. Jetzt kannst du zugucken. Jetzt gleich kannst du zugucken. Ach, perfekt. Das ist ja so cool, mir den zwei Leuten zugucken. Ja, ne? Ah, mein Starthand ist kissen. Ah, also... Ah, okay. Ich kotze jetzt schon bei meiner Starthand. Ich auch. Also, ich hab mir schon abgesichert, wie der Brudermann sagt, falls ich verliere. Was hat er gerade gesagt? Something, something, ich verliere. Ey, Digga. Ähm... Bad. Leg diesen Abfall auf meinen Kopf. Wenn das hier jetzt gerade ein Secret-Parler ist, dann bist du direkt ausgeschieden. Hier ist ein Secret-Parler. Ist es? Ja. Das sagst du mir auch noch? Ja. Oh, du dreckiger Penner. Ich hab doch gesagt, ich bin fair. Was hast du? Komm, sag an. Wie? Ich sag doch jetzt nicht, was ich spiele, Alter. Ey, komm, ich bin fair, weil Secret-Parler ist assi. Secret-Parler ist hart, assi. Das ist ein richtig assi-Deck, was ich spiele, Flo. Ist hart, assi. Okay. Ähm... Ah, shit, was mach ich jetzt, ey. Ähm, okay. Echt jetzt? Du clearst den nicht? Nee. Mutig, mutig, mutig. Hm. Hm? Spielst Argo, oder? Das Argo. Warum sollte er dir das sagen? Ich dachte mir, vielleicht ist das ein bisschen fair. Äh, something, something, Spell. Hunde kommen jetzt. Hunde, hundertprozentig. Oder? Nee, war noch 200, 3-mal noch. Äh, Fischi, du bist gemutet. Oh, sorry. Ähm, ich hab grad einen Fehler begangen und ich überlege gerade, ob ich mich ausbügle, oder ob ich... Doch, mit Lebe. Ich hab echt einen riesen, riesen, riesen Fehler begangen gerade. Okay, ich bügle ihn aus... Äh, komm, ich hasse dich. Blinker? Ja, blinker. Der zieht voll auf von vorne. Bratz. Lol. Oh mein Gott. Gold. Nee, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Na, ich hasse dich. Und, macht er das Richtige? Ja, er macht das Richtige. Ich hasse dich. Oh. Fischi, ich mag dich. Was ist denn? Ich weiß überhaupt nicht, was du meinst. Alter, Lord. Ähm, lass mich überlegen. Nee, komm, gib auf. Ist kein Problem. Spott. Ach, heal. Ich hasse dich. Hast du den Börse oder nicht? Das ist die Frage. So, und jetzt kommt das Assige von dem Deck, warum das Deck so... Ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr. Lol, wie krass ist das denn? Es ist kein Weihnachtsbaum. Das finde ich schon mal gut. Lol. Ähm, das bedeutet für mich... Erstmal folgendes. Das hier wird ein... Fucking... Yes. Noble Sacrifice sein. Runter! Dann kommt das Avenge auf. Wegen kommt das Avenge. Avenge geht auf. Okay. Oh! Das ist gut für dich. Das ist gut für mich, ja. Und... Redemption. Der Packer kommt wieder. Mhm, 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 mhm. Echt jetzt? Du hast nicht viel Zeit. Lol. Ich hätte klieren sollen. 10, 16, äh, 2 und... Okay, noch lebe ich. Außer du hast irgendeinen krassen Shit. Lol. Ja, lassen wir es mal aufs A und G ankommen. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ah! Ja, noch. Ja, okay. Ah, du kannst dich nicht heilen. Du kannst dich nicht heilen. Mhm. Und du hast keinen Ton. Du hast gewonnen. Ganz knapp. Oh mein Gott. Hätte ich jetzt... Das war jetzt ein ganz knappes Match. GG. GG, Alter. Zum Glück habe ich am Anfang nicht gekleert. Ja. Zum Glück habe ich am Anfang... Obwohl jetzt hätte ich noch... Ich hätte jetzt noch ein Auto geschafft. Das ist... Ich habe jetzt drauf, ähm... Ich habe jetzt auf was spekuliert, aber ich habe ein bisschen Pech gehabt. Aber es war eine schöne Runde. Es ist... Das war tatsächlich interessant. Naja. Schau mal, einer guck.